So, nach meinem Skidebackel gestern, wo mir mein Ski abgebrochen ist, das Video ist da oben, habe ich mir jetzt ein Ski ausgeliehen, das ist ein Blizzard RCTI, Slalom Ski, und mit dem fahren wir heute Powder, ob das so gut funktioniert, das müssen wir mal ein bisschen herausfinden. Auf geht's! 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 Auf geht's!